Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu, was macht der, was ist der mit dem, oh ne Scheiße, warum, warum leckt mein Spiel, ne es ruckelt, na bei mir nicht, echt jetzt, ja mein Spiel ruckelt, oh ja stimmt, dann seh ich, du ruckelt, dein Spieler ruckelt auch richtig, LOL, hab ich das nicht gebrochen, hat, oh man schon wieder, wer ist denn da so weit vorne, was ist das für eine Schnellstrecke, oh, oh, Absprung, alter Christian, du Sau, ey, ruckelt, einfach alle platt gemacht, Johnny und Sepp stehen bei mir immer noch, Johnny und Sepp stehen bei mir immer noch am Start, ich bin nicht mal an, lol, ich bin doch ins Ziel gefallen, oh Bullshit, Mann, ja Christian, den Fehler hattest du letztes Mal auch, oder, dass teilweise Leute bei dir noch am Start standen, ja, ja, also ich seh dann nicht, wenn die fahren, Integrationsprobleme, warum auch immer, wo seh ich denn, wo seh ich denn, top aktuelles Thema, deutsche Map, wo seh ich denn, ob das eine Einzelkarte ist, oder eine Mehrspielerkarte, woran du das siehst, ob das, wie meinst du mit Einzelspieler oder Mehrspielerkarte, ja, dass man so gegeneinander spielt, kompetitiv, oder ob das so wie jetzt hier ist, wo man, das erkennst du daran, ob da vier Linien sind, oder nur, nur du fährst, ne, im Menü schon, mein ich, ne, im Menü, gar nicht, glaube ich, wirklich, echt, war voll kacke, ich glaube echt nicht, ich kämpfe voll gegen Christian gerade hier, oh, jetzt bin ich hier gefallen, Alter Peter, ey, Peter, ey, was ist denn los mit dir, schrei mal nicht so, Alter, nimm dich mal, hast du geübt, Christian, fuck auf, Alter, du bist doch vor mir, oder, nein, bist du, natürlich bist du vor mir, ich bin, ich bin vorne, nein, Sam ist vorne, Leute, Peter ist erster, ich bin zweiter, Sam ist dritter, und Johnny vierter, Hey, ihr habt alle geübt, oh nein, wow, ich bin erster gewonnen, ich komm den Hang nicht hoch, ich bin zweiter, ich komm den Hang einfach nicht hoch, ich war der Letzter, ah, okay, ich komm den Hang einfach nicht hoch, Alter, das heißt, das war super knapp, nein, das war gerade mega knapp, man, wow, das war kacke, shit, Alter, ja, Power, Power bringt es, Jay holt auf, ist ja nicht ausgeglichen, ne, ich hab ausgeglichen, Ja, wo sehe ich denn jetzt hier, ob das, ob das einer mit vier gegeneinander, oder gleichzeitig? Gar nicht, gar nicht, mein Gott, Alter, das ist hier so ein Scheiß, Damit ich weiß, was für ein Moped ich nehmen muss, als wenn er einen Unterschied macht, Ja, natürlich, die Viererkarten gleichzeitig sind meistens nur so gegeneinander auf gerader Strecke gefahren, und die hier, die sind nämlich schwieriger, und dann nehme ich meistens ein langsameres Gefährt, was aber wendiger ist, nehm einfach immer das Schnellste, Alter, nein, das ist mir zu krass, Sepp's Secret Tactics, ja, ja, echt mal, kommst du, oh Gott, 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 ich wollte gerade einen Sprung machen, oh Gott, oh Gott, nein, oh, dann war's rum, ja, ist hingefallen, ja, bin ich, da habe ich zu viel Power gegeben, oh, komm schon, komm schon, yes, 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 da noch vorne, Ich bin gerade vorne. Scheiße, jetzt weiß ich nicht, wer das ist, oder der andere ist. Johnny, ich bin bei mir wieder am Start. Ich habe einen Lupin gerade gemacht. Oh nein, ich bin wieder gefallen. Ja. Wie fühlt man sich manchmal so cool? Hui. Oh. Bei dem Spiel, ich fühle mich auch mega cool. Komm schon, jawoll. Oh, das Ziel. Oh nein, oh, ich war doch Zweiter. Oh nein, dann vor dem Ziel noch einmal Mist Oh Jay, oh Jay, was ist da los Er soll nicht stehen immer noch am Start Lass dich mal langsam losfallen Er kommt nicht jetzt hier Jay, was ist los Jay noch da Jay kann noch aufholen, wir spielen insgesamt sieben Rennen Oh, das ist der noch da Jay noobt Er hat doch gerade gesagt, er noobt Ne, jetzt sieht man anhand des Bildes, dass man viermal gegeneinander spielt Okay, ich hoffe du hast jetzt das richtige Moped genommen Okay, sehr gut Anger 52, warte mal Wie hieß denn das Lied von Megadeth nochmal Das hieß Länger 52 Das muss ich dir leider gar nicht sagen Achso, Peter Das liegt mir auf der Zunge, aber leider Leck mich Alter, das ist mega Kopf an Kopf bringen Wieso hat er genauso viele Punkte gekriegt, wie ich der Christian Ja, weil ich keinen Fehler gemacht habe Boah Jetzt kommt es schwer Jetzt kommt es schwer Bei mir stand auch Minus Ja, weil ich bin auch hinter dir ins Ziel gekommen scheinbar Ja, ich habe zehn Punkte gekriegt Ja, und einen Abzug dafür, dass ein Fehler gemacht wird Ja, aber du kriegst doch nicht neun Punkte für den zweiten Platz Ja, und ein Quatsch Alter Lass mal das hier schaffen Ist das schon die Extremstrecke? Naja, schwer Ich habe nicht aufgepasst Das ist nur schwer Fuck, Alter Ja, ich mache immer die Gesichtsbremse Achso, was ist eigentlich Bunnyhopping? Scheiße, wir sollten ja hier Dingens machen Scheiße, wir wissen ja immer noch nicht, was Bunnyhopping ist Die Leute in den Kommentaren haben mir gesagt, Bunnyhopping wäre mega wichtig Ja, ist es auch Das ist dieses Links-Rechts-Geschreddel da Ja, oh Gott Okay, was muss ich jetzt hier machen? Oh, jetzt habe ich es geschafft Okay, endlich Ach komm Oh Gott, das ist jetzt hier aber schwierig Oh, das ist aber echt schwer Ja, Peter, wir hast du den ersten schon geschafft Deswegen nehmen wir wahrscheinlich meistens auch das rote Motorrad Ja, ich nehme immer das rote Motorrad Nein, alles hat ich mal geschafft Aber ich denke, du bist immer das schnellste Das schwarze ist doch schneller Ne, das rote ist schneller, oder? Ne, das schwarze ist schneller Ernsthaft? Ernsthaft? Ich habe immer das, was am rechtesten ist, genommen Genau Ja, das ist nicht das schnellste Das wird am besten hier beweglich ist Oh, krass Ja Und schwarze ist schneller Dafür hat er aber halt nicht die krassen Geos Freize Ey, Alter Oh, nein Yes, baby, yes Nein, nein, nein Peter, was machst du da? Boah, hier losfahren ist doch ätzend Ich komme nicht über die Neustadt Boah, ich kämpfe gerade gegen Zap Das gefällt mir aber gar nicht Hey, hochfährt zu fahren Alter, wie machst man den denn, Peter? Verpissel dich, Zap Nein Yes Oh, 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 oh Ich habe es aber auch geschafft Vertriebe fools Boah, ich hab's auch geschafft. Nice, Peter. Boah, Alter, denn das Feuer ab. Das Ziel ist mega witzig. Aber gut. Ja. Peter, war noch knapp, ne? Die anderen tut sich, glaub ich, schwer auf dieser Strecke. Ja, am Ende war richtig knapp. Oh nein! Nein! Nein, ich war aber im Ziel! Oh, das war aber knapp, Jay. Schon wieder so knapp, Mann! Wieso bin ich denn Vierter geworden? Hä? Hä? Alle anderen waren vor dir. Bei dir standen wahrscheinlich wieder welche am Ziel. Ja. Soll ich dir zwischendurch Updates geben? Ja. Das ist ja wirklich das schnellste Motorrad damit. Leute, was hab ich denn jetzt? Oh shit! Das rote wahrscheinlich. Nein, ich hab nicht das rote. Wir haben alle das rote bei mir. Alle haben das rote bei mir auch. Ja, ich hab das aber absichtlich genommen. Ich hab das nicht. Wer bin ich denn jetzt? Ich hab das nicht. Der einzige, der bei mir fährt, ist Peter. Ach so lol, ich bin der. Oh mein Gott. Bei mir fahren alle. Ich frag mich nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Alter Vater, was mach ich denn hier gerade? Boah, ich bin aber auch richtig kacke hier. Der ist rote, bevor er das Ding jetzt mal gefahren? Ne, letztes Mal sind wir die schon mal gefahren. Boah, ich werd so letzter. Alter, verlaut. Abfruck! Nein! Abfruck! Ja! Ja! Boah! 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 Scheiße! Da hast du also einen kurzen Fehler gemacht. Hacke! Oh nein! Ich schaff's nicht mal! Oh was! Das ist gut! Sieben Fehler! Da wird Sepp auch. Ja, gibt null Punkte. Uh! Ja, Peter ist eh schon irgendwo ganz woanders. Aber die Sipp, die krieg ich noch. Jetzt kommt Extreme. Boah, jetzt kommt die letzte Extreme, Jay. Komm, da krieg ich doch nicht mehr. Das wird's entscheiden. Da wird Peter wieder gewinnen. Ähm, äh, äh. Da will ich wahrscheinlich nicht ins Ziel kommen. Dalu hat von irgendeiner Extreme Map gesprochen, die quasi unmöglich ist. Die abgebrochen haben. Ich frag mich, ob das die hier ist. Ja, das kann sein. Die so extreme... Da haben die, glaub ich, anderthalb Stunden dran gespielt und dann abgebrochen. Zeig dir jetzt mal, wie das geht. Oh fuck. Vielleicht auch nicht. Komm schon! Ich hab's doch geschafft! What the fuck? What the fuck? Ohhhhhhhhhh. Ja, okay. Ja. Ne. Ja! Wir hatten den ersten schon geschafft. Er wär wohl. Ich bin vorne gerade. Juhu! Nein, ist er schon zum Kotzen erstarrt. Da ist schon kein Bock mehr auf die Scheiße. Ich komm... Ich komm noch nicht hoch. Äh. Äh. Bunnyhop Christian! Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja echt, der Banjo. Alter, könntest du's bitte noch steiler machen? Oh, Peter ist schon fast durch. Alter, der ist schon halb. Ich glaub das war nicht die Strecke... Dann brauch ich auch nicht mehr losfahren. Ich glaub das war nicht die Strecke, wo... wo Dalu und so Probleme hatten. Die ist... Ist ja echt nicht... Die ist einfacher als die andere, find ich. Ganzhaft. Nein! Alter. Alter. Oh nein, Jay. Oh fuck. Ich hab's auch was geschafft. Fuck off! Was ist das denn hier? Na okay, Peter. Äh. Ja. Wie macht man das denn jetzt hier? Boah, Jay. Können wir da mal hochkommen? Mann, du Hurenkind! Yes, 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 yes. Oh Gott, was für ne Strecke, Alter! Oh! Ne, so nicht. What? Ähm, ja. Oh Gott. Langweilig. Ja, du musst auch fahren, Christian! Ich komm da nicht hoch. Ja, das ist schlecht. Alter, okay. Jay, bist du schon weiter? Ja. Fuck. Das kann nicht wahr sein hier. Ja, Peter, aber so unendlich weit oben vorne ist, werd ich dich auch nicht einholen können mit den vier Punkten, die du vorne hast. Also ich muss erster werden. Ernsthaft? Ja, ja. Echt. Aber ich hab ernsthaft gesagt, Jay. Ist ein anderes Wort. Ne, ich sag echt. Das ist ja unmöglich hier! Was ist das denn für Bullshit? Boah, Alter. Das kann nicht wahr sein. Sag mal, können die die Steuerung nicht noch genauer machen? Findest du die nicht genau genug? Also ich hab gerade rausgefunden, dass ich dann... Ich fick mein Motorrad! Geil! Ich kann den Trigger nicht so langsam drücken. Den A-Knopf? Ne, ich hab am Anfang die ganze Zeit mit dem A-Knopf gespielt. Gibt's einen Rückwärtsgang? Ja. Gibt's. Äh, linker Trigger. Ne, ne, ja, okay. Dann ist aber mehr so, dann ist kein richtiger Rückwärtsgang, dann ist mehr so ein... Bremse. Ja. Aber der Mann, ich mein, der fährt dann rückwärts. Ja, aber sehr, sehr langsam. Ich muss hier voll, ich muss hier einen Sprung rückwärts schaffen. Ich schaff das nicht. Ah! Yes! Ich schaff das nicht! Ich schaff das nicht! Nein! Boah, jetzt muss ich das nochmal machen. Ich weiß jetzt zumindest, wie es geht. Boah, ich hab's geschafft, ey. Kann ich wahr sein. Oh nein, jetzt ist hier vorne so ein behindertes Ding drin. Das kann ich wahr sein. Oh nein! Wie lange ich jetzt hier schon sitze! Cool, Christian hat sogar den Anfang jetzt auch geschafft. Ja, Christian hängt jetzt bei mir an dieser scheiß Rohrleitung hier. Tja! Oh, danke Gott! So, was ist das jetzt hier? Oh, ich hab's auch geschafft. Oh, endlich! Oh, das ist aber echt schwer, hier hochzukommen. Zählt das? Alter. Okay, die Strecke ist echt behindert. Ja! Nein! Alter! Oh nein, du Hure! Jetzt, 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 jetzt! Nein! Nein! Doch! Also, ich würde gerne, aber es ist nicht so einfach. Uffr! Ey, das kann nicht wahr sein. Mit Gefühl, Peter. Ne, das funktioniert auch nicht. Mit Power! Ne, das funktioniert auch nicht. Boah! Ich raste aus, ey. Was ist das für'n Scheiß? Komm schon? Komm schon? Komm schon? Komm schon? Ne. Nochmal. Nein, nein, nein! HALALALALA! Mich knutscht über die Wand! Ja, ohne Scheiß. Schmeckt so lecker nach Blech! Ne! Oh, der war geil! Ah! Oh, der war echt geil! Warum?! Komm schon, komm schon, komm schon! Ja, 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 ja! Oh! Oh, nein! Oh, das war gut! Alter, das Spiel ist sehr unrealistisch. Finde ich gut. Nein, da unten ist noch so'ne Kanne. Ernsthaft. Boah, komm schon! Das hat er gezählt! Manchmal zählt er das nicht. Meistens nicht. Ich bin wirklich gefahren. Ich bin noch nicht gecrashed. Achso. Oh! Oh, geschafft. Müsst ihr nicht mittlerweile bei dem Rückwärtsding sein? Ja, binden sind wir. Ja, wir. Plurales Meister. Jay und ich. Nee, Jay. Genau, das sind ja zwei Leute. Wie fährt man denn dann rückwärts? Ja, das ist genau die Problematik. An der ganzen Scheiße. Nicht mit einem Trigger, sondern mit Timing. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Echt? Peter, wie macht man das eigentlich? Nur Trigger? Ja, nee, ohne Trigger. Ohne Trigger, Christian. Echt? Komm, ich hab jetzt eine Chance. Nee! Mann, ich bin wieder ganz zurückgefallen. Wie, du bist wieder ganz zurückgefallen? Ich war schon fast so. Hey, ich check das nicht. Ich check das aber auch nicht. Okay, dann. Wie geht das? Ernsthaft? Ja, dann ist... Ihr müsst eine Rolle machen. Ihr müsst eine Rolle machen, Leute. Ernsthaft? Boah, wie kann man nur, ey? Wie kann man... Also, ganz ehrlich, Sebastian. Ich glaube, 70% aus deiner kompletten... Aus allem, was aus deinem Mund kommt, sind Wortfetzen. Echt? Wortfetzen, die eigentlich gar keinen Sinn haben. So, warte. Ihr müsst tatsächlich so eine Rolle machen. Ihr müsst eine Rückwärtsrolle machen, indem ihr da vorne gegen springt. Alter, Vater. Ja, vorsichtig. Mein Gott! Wann? Dann müsst ihr... Dadurch... Dann einfach fallen lassen, im Endeffekt. Dann müsst ihr quasi genau in diesen... Abgrund reinfallen, in diese... Na, fuck. Echt, Peter? Das ist nicht so... Ich hab's geschafft! Nein, ich hab's geschafft! Und dann bin ich am Rücken gelandet. Ja, guck mal, die haben's geschafft, nachdem ich's gesagt habe. Voll gut, Peter. Nee, Peter, der nicht. Ja, also, er hat die schwierige Stelle geschafft, der danach ist Bullshit. Nee, ich hab's halt nicht geschafft, aber... Echt? Das ist so geil, ne? Ich häng hier voll! Komm schon! Das kann die Fahrt sein, jetzt hier. Peter, den guten Versuch hast du gebraucht? 146 bisher. Ah, krass. Ich bin bei 132. Die Versuche müssten ja theoretisch relativ ähnlich sein. Kann ja nicht! Du bist doch viel weiter vorne. Ja, deswegen sag ich ja relativ ähnlich. Boah, ich brech mir immer das Genick. Aha! Hat Jay das Prinzip mittlerweile auch verstanden? War der auch mal unten links? Ja, nö. Das kann ich machen! Das kommt schon! Vielleicht ist das doch die Sache, die die abgebrochen haben. Hier sind nämlich echt ein paar tricky Dinger dabei. Komm schon! Nee. Ja? Nee. Ja! Oh, Peter! Komm, wenn man erst mal das Prinzip herausgefunden hat, ist das eigentlich gar nicht mehr so schwierig. Doch. Ich hab das, glaub ich, durch Lack irgendwie mal geschafft. Warum steht da doch gar nicht, wie das erklärt wird? Das sind die Pfeile, das sind so bullshit! Warum steht da gar nicht, wie das erklärt wird? Das ist eine Extremstrecke! Warum sollte hier was erklärt werden, Alter? Das ist klar. Komm schon. Mann! Ich drehe mich hier nur noch rum, ey. Wui! Rumm kreiseln, oder was? Das kann nicht wahr sein. Das ist das Schwierigste ever. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Okay. Das ist eine richtige Asozialo-Strecke. Oh, ja. Da saß du was, Peter. Mensch, Alter! Musst du denn dabei weiter Gas geben, Peter? Ich glaub nicht. Bin mir aber nicht sicher jetzt. Also daran kann ich mich jetzt nicht mehr so hundertprozentig erinnern, ehrlich gesagt. Weil meiner dreht dann so voll durch und macht voll die krassen Moves dann. Und macht so einen unendlichen Loop quasi. Alter, ich fand die arme Sau da. Ach, du Kack-Buhn, Mann! Wow, ich fliege bis ins Ziel! Da ist Peter! Was hast du denn gerade gemacht? Christian hat sich explodieren lassen und ist ins Ziel geflogen. Ja, ich bin dann bis nach vorne geflogen. Oh, Jay hat's geschafft. Jay hat's geschafft. Nein! Bist du unten runtergefallen? Ist du sicher, dass Jay es geschafft hat? Der hat sich den scheiß Kopf gestoßen! Ernsthaft? Echt? Echt? Alter, was ist das denn jetzt hier? Oh. Ist das das Ziel? Sehe ich das Ziel? Ich glaub, ich seh das Ziel. Ich hab's geschafft! Ernsthaft, Jay? Echt? Echt jetzt? Nein! Peter, musst du dich denn da nur einmal drehen oder beide Male? Viermal! Nur einmal? Ernsthaft, Peter? Einmal? Ich würd' sagen, ja. Nur einmal. Ihr habt's geschafft! Ja, jetzt hab ich mein... Oh Gott, jetzt fällt hier alles auseinander. Oh, Peter hat sich... Wir wollen ja gar nicht mehr weiterfahren, ey. Vor Sepp bin ich allemal. Das war... Oh, Christian ist noch bei mir. Ach ja, stimmt. Vielleicht bin ich noch vor Christian. Jetzt hab ich hier alles kaputt gemacht. Oh Gott. Ach. Höh? Wieso bin ich denn jetzt hinter Sepp? Höh? 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 Ernsthaft? Ernsthaft? War das die letzte Strecke? Ernsthaft, Jay? Ja, das war die letzte. Boah, hundertstier. Jaaaa! Ich bin Zweier geworden! Ha! Yeah! Richtig gut. Ernsthaft, Christian? Ich bin nicht der Letzter, voll gut, ey. Ernsthaft? Höh? Okay, Leute. Das war... Das war ganz schön schwer. Das war echt in der Tat schwer. Ihr Zuschauer habt wahrscheinlich gefacepompt, aber ich fand's gar nicht so schlecht. Also... Ich fand's auch gar nicht so schlecht, wenn ihr bei uns zugeguckt hättet. Dann hättet ihr gesehen, wenn wir die ganze Zeit gekullert hätten. Immerhin bin ich in den Ziel gekommen, genau. Genau. Deswegen sag ich an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Tschüss!